Musik Sie befinden sich im Elbauenpark Magdeburg. Das ist eine ehemalige Bundesgartenschau, die wurde 1999 durchgeführt. Das Areal wurde ganz lange Zeit militärisch genutzt und wurde also schon um 1885 kam das erste militärische Nutzungsgebiet hierher. Dann wurde es nach dem Krieg von den Russen ganz lange genutzt und wurde zur Buga sozusagen wieder aufbereitet. Also die ganze Kontamination wurde beseitigt. Also sieben Jahre lang hat man die alten Granatsplitter und Bombenrückstände hier sozusagen beseitigt. Und nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde auch genau hier an dieser Stelle der Trümmerschutt von Magdeburg sieben Meter hoch gelagert. Und zur Vorbereitung der Buga musste das natürlich hier alles beseitigt werden. Und dafür hat man sieben Jahre genutzt. Die Buga hat sozusagen drei Gestaltungsmerkmale. Einmal trifft die Stadtlandschaft auf die ehemalige Kulturlandschaft und verbindet sich hier entlang der Elbe mit der Naturlandschaft. Und das ist das Besondere hier, dass dieser moderne Landschaftspark genau an dieser Stelle diese drei Landschaftsbilder verbinden kann. Und im Grunde genommen trifft man hier auf eine Promenade, die eigentlich aus der Stadt kommt. Man trifft auf die Elblandschaft, die Elbaue, die sich hier im Westen befindet. Und es kommt sozusagen aus östlicher Richtung die alte Kulturlandschaft, die sozusagen als Weideland und dann später leider als Militärfläche genutzt wurde. Das Besondere des kleinen Krakauer Angers ist, im Rahmen der Buga wurde hier die erste und größte Leimbinderkonstruktion ganz Europas erstellt, und zwar der Jahrtausendturm. Und das ist natürlich jetzt das Wichtigste, der wichtigste Anziehungspunkt und die wichtigste Attraktion auf dieser Angerseite. Das Besondere um den Turm herum ist in der Landschaftsarchitektur hier, dass wir neun Themengärten um den Turm herum gestaltet haben, die Themen aus Politik und Geschichte Magdeburg sozusagen interpretieren. Und die Landschaftsarchitektur hier sich mit Themen auseinandersetzt, um die gestalterisch darzustellen. Also wie Kunstwerke wurden hier Themengärten geschaffen, die eine ganz besondere Landschaftsarchitektur und Formsprache darstellen. Wir sind die Magdeburger Otto-von-Gierke-Gesellschaft, der Name verpflichtet. Das heißt also, wir sind für den Inhalt hier zuständig. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir eine ganze Reihe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beschäftigen. Meine Aufgabe ist der Verantwortliche für diese Ausstellungsbetreuung im Jahrtausendturm. Ja, und das haben wir seit der Bundesgartenschau 1999 getätigt und setzen das über diese Jahre erfolgreich fort. Das heißt also, wir sind zuständig für die Ausstellung im Turm und für den Inhalt. Und uns kam es darauf an, nachdem wir das in der Zeit in Zürich gesehen haben, auf der Heureka, Heureka heißt ich hab's, da hatten wir den Galileeturm, da waren wir mit unserer Ausstellung über Gierke damals nur drin im 17. Jahrhundert. Und das war für uns so ideenreich, dass wir gesagt haben, wenn die Buga nach Magdeburg kommt, dann könnte man etwas Vergleichbares hier in Magdeburg machen. Gesagt, getan, der Stadtrat hat beschlossen, der Turm wurde gebaut und hier in diesem Turm kam dann eine sehr ordentliche, qualitative Dauerausstellung. Warum eine Dauerausstellung? Wir haben hier in diesem Turm einen außerschulischen Lernort geschaffen, als eine Komponente, gedacht für Schüler, für Schüler aller Altersstufen, sogar auch schon vom Kindergarten angefangen bis hoch zu den Abiturstufen bis hin zu Studenten. So, und hier haben wir uns folgendes Konzept erarbeitet, ein didaktisch-methodisches Konzept, das besagt, kommen Schüler erstmalig in den Turm, dann machen die nur eine Schnupperführung. Das heißt, sie werden durch den Turm geleitet, durch unsere Mitarbeiter, die wir haben, schauen sich das an, nehmen natürlich erstmal Informationen mit und dann kommt es darauf an, dass wir die Schüler natürlich wiederholt in diesen Turm bekommen. Die sollen also nicht nur wiederkommen, sondern sie sollen ja im außerschulischen Lernort etwas dazulernen, was über die Pläne der Schule hinausgeht. Dann haben wir dann angeleitete Führungen im Turm, wo unsere Mitarbeiter zunächst bestimmte Experimentaleinsätze führen in Anwesenheit der Schüler. Die nächst höhere Form ist dann, dass die Schüler selbstständig arbeiten. Selbstständig arbeiten heißt, dass sie bestimmte Versuchskomplexe eigenständig durchführen und aufgrund der vorgelegten Arbeitsblätter sollen sie dann ihre Ergebnisse formulieren, aufschreiben und im Klassenunterricht in der Schule später soll das Ganze ausgewertet werden. Der Jahrtausendturm ist von der Bauweise her ein Unikat. Und zwar wurde hier die Leimholzbinderbauweise angewendet. Die Balkenstärke geht bis zu 1,80 Meter in der Höhe und über 50, 60 Zentimeter in der Breite. Er muss ja auch ein gewaltiges Bauwerk tragen. Mit der Fertigstellung dieses Jahrtausendturmes wurde auch ein Wahrzeichen für Magdeburg geschaffen, denn er ist weithin sichtbar schon von der Autobahn A2 aus. Wir zeigen hier Exponate seit der Steinzeit bis zur modernen Gegenwartsforschung. Das heißt, es fängt an mit den Jägern und Sammlern, geht über Heron und Archimedes, auch zu Einstein und zu dem, was heute mit GPS-Systemen und moderner Medizinforschung ist. Die meisten Experimente sind physikalischer Art, aber auch zu den anderen Naturwissenschaften wie Mathematik, Chemie, aber auch die Medizin, hatte ich schon erwähnt, sind hier genügend Exponate vorhanden. Die Ausstellung beinhaltet über 400 Exponate im Turm. Es werden Ihnen die schönsten Versuche im Turm bei einer Führung immer gezeigt. Dazu gehören beispielsweise hier auf der Ebene 1 das Foucaultische Pendel, mit dem erstmalig die Erddrehung nachgewiesen wurde vor ca. 150 Jahren. Dann vor 2000 Jahren die erste Dampfmaschine von Heron von Alexandria entwickelt. Und dieser Mann würden wir heute als Bastler, Techniker, Tüftler bezeichnen. Der hat noch viel weitere Sachen erfunden, die wir heute auch noch nutzen. Beispielsweise haben wir aus dieser Zeit, 1. Jahrhundert nach Christus, eine automatische Türöffnung. Und zwar war das für die Tempel vorgesehen, die funktionierte und bei Ausgrabungen auch nachgewiesen wurde. Auf der Ebene 2, wo das Mittelalter dargestellt wird, dort hängt von dem Forscher Heugens der Impulskugelversuch. Das ist natürlich imposant, wenn man sieht, wie die Kugeln gehorchen, je nachdem, wie sie angestoßen werden. Eine Kugel mit 60 Kilo Gewicht. Im schiefen Zimmer wird die Sinneswahrnehmung getäuscht. Und zwar erscheint ein Besucher, der sich links rein stellt, kleiner, als wenn er rechts drin steht. Ja, dieses ist so verblüffend, vor allen Dingen, wenn die Besucher an der Hinterwand des Zimmers aufwärts gehen. Denn unser Gehirn verarbeitet immer nur den Abstand von der Schädeldecke bis zur Zimmerdecke. Und ist da ein großer Abstand, erscheint man klein. Und ist der eng, erscheint man groß. Die Besucher erwartet von der Turmspitze ein fantastischer Rundblick über den Elbauenpark, über die Elbe mit der Lukas-Klause. Ich kann nur alle Besucher recht herzlich hier einladen, denn 2,5 Millionen Besucher in der letzten Zeit können sich nicht geirrt haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017